hallo und herzlich willkommen zu einem video hier auf meinem kanal heute zeige ich euch die top magic textkarten für sie von 2020 21 einfach mal zu sehen wie die aufgebaut sind einfach mal öffnen ich habe das ding schon geöffnet und habe mit heza zugeklebt aber keine sorge das müsst ihr jetzt nicht mit sehen so booster aufgemacht und so dass immer die gute karte die legen wir mal beiseite dann kommt hier am anfang so ein kaut den kaut gönne ich euch falls ihr braucht ja dann habt ihr die vier basis karten also bei denen wusste was ich jetzt habe alles zuerst für basis karten wir haben hier einmal jan sommer von borussia menschen kladbach hier steht immer wie stark das ist das ist wie viel er kostet wie viel das spieler kostet die sterne und parade abspielen fangen ab abwärts hausten und elf meter bei torwart dann ist bei jedem angriff und abwehr dann haben wir und dann noch die position ist ja klar dann haben wir die spieler holand salai von sc freiburg bei den feldspielern steht dort hier also hier kopfball tackling pass technik speed schuss und natürlich angriff und abwehr und dann noch die position ist ja klar dann theodor de brise lassi von werber bremen steht in der abwehr dann übrigens hier haben wir jetzt eine zweite bundesliga karte an diesen eigentlich eher selten haben wir hier florian heißt da jetzt kommt noch die power karte und es ist eine star spieler karte von andre silva kopfball 83 tackling 40 pass 66 technik 79 speed 76 und schuss 87 morgen wird ein video zu den tops match text champions league karten heraus kommen also da haben wir es nicht im booster aber trotzdem ich weiß ja wie es aufgebaut ist also wir sehen uns morgen wieder dann macht's gut schau 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 Vielen Dank.